Wu Wei Qigong ist ein buddhistisch geprägtes Qigong, das aus fünf Übungsfolgen besteht. Die Übungen sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und umfassen mit einer ungewöhnlichen Bandbreite nahezu alle wichtigen Bereiche des Qigong. Die erste Übung, die Tausendarme des Buddha, bringt blockierte Energie wieder zum freien Fließen und öffnet das Netz der Meridiane. Diese Übung definiert sich durch Recken und Strecken, sanfte Anspannung und Entspannung. Die zweite Übung, Stehen wie ein Baum, hebt den Energiepegel im Körper durch vier meditative Standpositionen an. Die dritte Übung, Himmel, Erde und Mensch, verbindet den Menschen mit den Kräften des Universums und der Erde. Sie leitet trübe verbrauchte Energie aus, nimmt frische Energie auf, erdet und verwurzelt. Die vierte Übung, der große kosmische Kreislauf, vertieft die Resultate der ersten Übung und bringt energetische Frische in jede einzelne Zelle des Körpers. Die fünfte Übung, Mudra-Meditation im Sitzen, vertieft die Wahrnehmungsfähigkeit für Energie und erzeugt mentale Gelassenheit. Wu Weixi Gong war bis vor 25 Jahren noch so gut wie unbekannt und wird heute unter dem Namen Falun Gong weltweit von etwa 100 Millionen Menschen praktiziert. Wir von der ICO-GV stehen in keinerlei Verbindung zum Falun Gong und lehren das Wu Weixi Gong ohne jede dogmatische Botschaft. Sie sollen die Kraft des Lebens nicht als außerhalb von sich selbst erfassen und ansehen, sondern als ihr eigen und als das, was in ihnen ist. Die Lebensenergie kann nicht durch den Willen oder durch das Wissen gespürt werden. Je mehr wir uns der Lebensenergie hingeben und uns für sie öffnen, ja ganz zu ihr werden, umso deutlicher und stärker wird sie spürbar. In dem Maß, in dem wir selbst mehr und mehr zur Lebensenergie werden, in diesem Maß werden wir gesunden an Körper und Geist. Das beinhaltet zu erkennen, dass wir selbst nichts anderes sind als Lebensenergie. Ich möchte, dass ihr Unbewusstes ihnen jetzt am ganzen Körper ein Gefühl des Wohlbefindens gibt. Ihr Körper weiß, wie das geht. Er hat ein eigenes Gedächtnis für gesunde Funktionen. Die größte Schwäche des Körpers scheint darin zu liegen, dass er durch das Verstreichen der Zeit dem Verfall unterliegt. Wie können Sie dieses Problem lösen? Sie werden mit den zunehmenden Erfolgen, die das Praktizieren dieser Übungen mit sich bringt, erkennen, dass es nicht die Zeit ist, die sie altern lässt, sondern es hängt von ihrer Entscheidung ab. Wollen Sie sich weiterhin der Zeit unterwerfen, so als wäre sie ihr Herrscher? Oder wollen Sie sich von ihr befreien und beginnen, sich mit ihr anzufreunden? Der Lehrfilm hat eine Spielzeit von 55 Minuten und ermöglicht es Ihnen, die fünf Übungen des Wohi Shigong mühelos Schritt für Schritt zu erlernen. Der Lehrfilm hat eine Spielzeit von 55 Minuten und ermöglicht es Ihnen, die fünf Übungen des Wohi Shigong mühelos Schritt für Schritt zu erlernen. Bis zum nächsten Satz! Wir warten, bis zum nächsten Mal! Das haben wir mit Limit! Untertitelung des ZDF, 2020